Das zu veräußernde modernisierte Neunzimmermehr-Familienhaus steht im Kreis Mayen-Koblenz. Das Gebäude verfügt über drei Carport-Stellplätze. Es hat vier Schlafzimmer und drei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 337 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 334 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 230.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal.